Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games mit uns. Uns sind Ria, Saskia, Blaze, Grab den Klopstuhl aus. Ich brauche einen Wigwam. Und ich. Einen Tippie, bitte, für mich. Ich hätte gerne ein neues Bier. Let us run in the middle. Ja, was sonst, ne? Oh, die Hüpfel ist sogar voll, guck dir an. Schaut nach oben! Ok. Oh, steht einer. Cool. Ausgut, Cheater-Hacker. 5, 4, 3, 2, 1, und... Los, 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 rennen! Oh, er rennt nicht. Blöder Fuck! Nein! Nein, mein Goldhelm, wer hat mein Goldhelm genommen? Wer hat mein Goldhelm genommen? Verdammte Scheiße. Alle weg, alle weg, alle weg. Blaze hat was an. Gut, hat jemand ein Schwert? Nein. Gut, dann weg. Ich hätte schon eins. Trotzdem alle weg. Aber ein Goldschwert. Ja. Sei froh, dass du ein Schwert hast. Wieso kriegst du eigentlich immer Schwert da? Ich weiß, du schietest doch. Immer. Was waren die letzten zwei Runden? Du schietest. Am Ende hast du ja doch ein Schwert. Geht da. Geht da. Geht da. Das ist der Affe, kennste. Das ist auch hier, gefällt mir. Sieht cool aus. Oh, da kommt schon einer. Sorry, ist nichts drin. Das Blaue ist. Hilfe. Ach, Blaze ist doch da. Ja. Die Schienen sind geil gemacht. Ja. Kann man diese Leiter auch nähen, ne? Doch, nein, doch. Doch. Ah, ja. Wo seid ihr hin? Ah, da. Hau jetzt mal das blaue Ding hier, ne? Ja. Ja. Ich sauf jetzt ab. Scheiße. Hä? Hier oben ist ein Wasserturm. Ich glaube, da muss doch irgendwas drin sein, oder? Uh, der hat, der hat ein Steinschwert. Scheiße, renn. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht hier. Geil, dann hast du jetzt ein Steinschwert. Gut. Und für jemanden ein Holzschwert. Ich krieg dir ein Holzschwert, oder? Oh, cool. Ja, gib. Gib, Alex. Ist da oben in der Kiste nichts drin? Wer war denn schon hier? Und ich finde hier keine Kisten in dem Haus. Oh, aber Notenblöcke. Toll. Strecke ich mich so an hier. Oh, Musik! Äh, der Ton wird immer höher. Das ist gruselig. Ja, das bin ich. Wo bist du, Blazey? Blaze, wo bist du? Ich hab grad noch eine gekriegt. Ja, das hab ich gesehen. Sehe hier. Bist du in der amerikanischen Flaggenhaus? Ja. Ich bin, ja. Ich weiß mal, dann Holzschwert irgendwo hin. Danke ihnen. Irgendwie noch übrige. Oh. Ausrüst. Noch eins. Hab ich schon. Hab ich schon. Ja, aber es wird trotzdem irgendwie aufgenommen. Nee, ich hab's. Gott. Ich hab hier jemanden fallen gehört. Ach, so. Das sind Knöpfe. Ja, die machen wahrscheinlich nichts. Ah, da ist einer! Da ist einer! Wo, komm her! Ja, hier rechts. Der hat keine... Der hat nichts anscheinend. Hm, das heißt, er muss sterben. Ja. Ja. Der hat sich dann gesneakt um die Ecke. Und ich lauf halt so voll um die Ecke. Und ich denke, uah, da ist was grünes. Es sind eben ja auch alle so auffällige Farben, ne? Okay, ich bin mit Rot nicht unauffälliger, aber... Oh, TNT! Hey! Ah, geht ja wieder auf. Oh, TNT! Wir gehen besser weg. TNT, das hatten wir doch gerade erst. Die Frauen haben TNT gefunden. TNT... TNT... Dynamite... Aber die Map ist mal richtig viel zu gucken bei deinen... Spiel mal ne Runde... Okay, in der Wand hängen Köpfe. Spiel mal ne Runde Keanu Reeves. In Nix? Ne, ist ein Scheißhaus. Ich glaube, hier ist eine Art Chopper. Scheiß oder so was? Da ist noch eine Kiste! Hier! Welches da in der Mitte? Entschuldigung, schadenfreudig. Weil wo? Was in der Mitte? Ach, bin ich da reingekommen. Da musst du springen auf den Grom durch. Da kommst du dran? Ja, ja, Moment. Näh. Aua. Hier ist ein Rundlauf. Ein Rundbalkon. Und hier sind auch keine Küchen. Und da habe ich es auch versucht. Na ja, klar. Da ist ein Totenschädler. Und was war drin? War ruhig Schweinefleisch. Ah, ich hab gar nichts zu essen. Ich auch nicht. So, raus hier. Die Männer müssen zu uns kämpfen. So, machen wir schon. War jemand hier in der Schmiede oder so? Nein. Ich bin eh fast verhungert. Wartet ihr mal bitte? Hat jemand auch ein Holzschwert? Ich will ihn mal ein bisschen hoch... ...craften. Hallo ihr beiden! Wo seid ihr denn jetzt hin? In der Küche. In der Schmiede. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Ach, da ist er ja. Verlassen wir dieses gottverlassene Dorf. Da ist ein Galgen. Hm. Ich geh mich mal aufrengen. Das ist ja eh ein Wunder, dass ich überhaupt noch... Geht's hier nicht rein? Draybone Valley war das, morgens. Wollen wir mal nach St. Epaco Church gehen? Ich geh zur Kirche. Okay, wo bist du? St. Epaco Church. Ja, wo geht's da hin? Ach so. Hier hinten raus. Aua, das Zeug ist richtig cool hier. Die map jetzt recht, leider. Gummacht, ja. Port zurück. Geil, dieser riesen Kaktus. Ja, der ist nice, ne? Der ist nice. Aus grüner Wolle. Der ist nice. Wißt du die Befürchtung? Hier kommen andere nicht mehr raus, ne? Hier sind Grabsteine. I'm with Stupid. Dr. Brown. Unlucky Luke. Sheriff Clinton. Winnie 2. Indiana Jones. Hey, hier liegt Indiana Jones! Und hier sind noch... Holy Water. Wo seid ihr? Ich bin im Friedhof. Ja, ich bin hinter dir. Major Thompson. Ja, ich dachte Alex wäre schon weg. Dead person not found. Okay. Johnny. You caught you could out smart the bullet. Guck mal, hier kann man glaub ich... Ach, das ist Stefan. Die Mauern irritieren, da kann man nicht drüber. Das ist richtig. Wie käme ich noch? Nicht so. Tja, und ich versuche jedes Mal rüber zu öffnen. Ja, ich hab meine rüber. Wir können mal rein. Der Friedhof ist lustig. Ich sehe tote Menschen. Oh, da sind Skelettchenlöchern drin. Äh, äh, Skelettköpfe. Hat ihr bald was zu essen? Neun. Nicht viel. Äh... Aha. Das hier ist hier mit der Wüste und diesen Grasflecken echt cool gemacht. Ich hab noch ein Schwert, wenn jemand eins braucht. Ja, ich hätt gern eins. Ich fühl mich so nackisch. Aber das gehört auch keins. Ja, Gabriel. Ja. Naja, du stehst hier vor mir. Oder streit euch drum. Ist mir egal. Gibt's hier irgendwas? Ich bin hier in nem Labyrinth. In der... In... Im Berg. Mit Totenköpfen drin. Ah ja, der Indiana Jones lag schon nach Friedhof. Ich wär vorsichtig. Oh, ich brauch unbedingt was zu essen. Ja, ich auch. Langsam. Ah. Ich hätte übrigens auch ne Brusthelmer in einem. Boah. Eine Brust? Nee, grad die hab ich. Äh... Reicht mir deine Brust. Was ist denn das da vorne? Ah, das ist auch alles mit Gleisen. Au. So, jetzt nur hier wieder rausfinden. Diese Folgen werden uns entgleisen. Auf eine bestimmte Art und Weise. Mal spielen wir leise... Ne, mal spielen wir laut und mal spielen wir leise. Jade. Boah, dieser Fluss ist ja cool. Dieser Fluss ist ja cool. Du Arschloch. Du Arschloch. Lol. Keine Ahnung, hat der mal geschrieben grad. Ich hab's nur vorgelesen. Ich würd doch die Arschloch sagen. Das ist doch der Standteil da. Äh, könntet ihr mir mal kurz so einen kleinen Standpunkt geben? Wo ihr seid? Berg oben. Berg oben. Ich bin unter diesen Gleis gesammeldingens und ich hab eine nutzlose Schüssel und ich hab Millionen. Ähm, ich krieg schon Schaden. Zeig mal deine Melonen. Zeig mal. Ja komm her Saskia. Hier. Nur eins hier kann ich dir abgeben. Nein. Ich hab noch eins hier. Kannst auch heißen. Danke. Man hört wenigstens der Schaden mal auf. Ja. Ich hab leider jetzt aber auch gar nichts mehr. Wo seid ihr? In, äh, unterhalb des Berges in nem Haus. In nem Haus? Oh, ich seh von hier aus glaub ich ne Kiste. Da wo der eh ist. Da, Saskia hinter dir. Oh, danke. Wir haben grad Melonen gefunden. Wir vor allen Dingen. Wo, wo genau seid ihr hingegangen? Zurück Richtung Dorf dann? Oder wo Fluss ist? Fluss. Okay. Ich geh mal eher auf die Insel, äh, auf dem Fluss. Ah, da ist der ganze Zug. Oh, krass. Ja, Saskia. Wir treffen uns bei den Zügen, bei den Waggons. Züge? Züge? Ja, Züge. Ich mag Züge. Ach, ich komm hier nicht hoch, ey. Oh, hallo Alex. Ich hab ein Schwert. Hallo Blaze. Endlich. Wir haben mich allein gelassen. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin bei den Zügen. Blaze ist draußen. Der ist grad am Haus vorbeigelaufen. Hier unten ist er doch. Ich hab noch ein Schwert. Jetzt haben wir alle, oder? Außer Ola Riga hat noch ein Holzschwert und ein Goldschwert und ein Helm und... Ich hab ein Schwert, aber kommt zu den Zügen, weil ich find euch nicht. Züge. Ja, wo sind die Züge? Äh, auch am Park entlang, wo ein großer Wasserfall runter geht. Hier, das sind doch noch Schienen aus. Ne, die sind glaub ich ein bisschen zu klein. Das sind Schienen, um die Holzbretter festzuhalten. Ja, ich sehe schon. Ja genau, da war ich. Und da gegenüber auf der anderen Seite vom Fluss. Da ist so ne Hügel und da sind Züge. Chuchu! Da oben ist jemand. Ah! Ah, da bist du doch. Ja, ich bin das. Alter, was ist das denn hier für ein Berg? Wäre dir auf der anderen Seite runtergegangen, da wäre es besser gewesen. Rappelapapp. Radalapapp. 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 Der neue Salat. Hier regnet's. Was? Hier nicht. Ja, weil da Wüste ist, aber hier regnet's. Yes! Daneben gesprungen. Na, wenn das auch geht. So, mal in den Zug reingucken. Juhu! Boah, das ist richtig cool mit Abteile. Der Zug ist doch ein bisschen auffällig. Haha, sag ich's doch. Ist unten sehr schön eingerichtet. Hier regnet's. Sag ich doch. Also da hat sich aber einer schon Mühe gegeben mit dem Zug, ne? Weißt du, die Map ist wirklich toll. Oh mein Gott, hier sind sogar Betten. Oh Gott. Das geht doch. Ich bin grad auf der Lok. Ja, da ging's auch rauf. War da was? Ich drück grad die Schalter. Vielleicht fällt der Zug ja los. Ne, tut er nicht. Ey, vorne ist nur ein Ofen, wie es sich gehört hat. Das ist ja cool, wenn man hinten am Zug steht, ne? Hallo. Hallo. Das ist jetzt wie in den Sonnenuntergang rein. Ach, jetzt weiß ich... War das das Haus da vorne, was hinterm Zug ist? Da sind ja mehrere Häuser. Huch, leck. Wow. Place? Ja. Where are you? Auf dem Zug. Über dir, auf dem Dach. War was drin in der Kiste? Jo. Wow, ich hab den weiten Sprung geschafft. Was ist das? Ach. Golden. Was ist besser, Gold oder Leder? Gold. Gold. Gold ist gleich Holz und Holz ist besser als Leder. Super. Hat jemand Schuhe übrig? Ja. Nein. Schmeiß mal her. Wo seid ihr denn jetzt? Bin am Ende des Zuges. Wir sind am andern Ende. Im Loch. Im Kohlewagen. Ach so, bei der Lok. Ja. Yes. Hat jemand auch Mützen oder so für mich? Den Berg angucken oder was? Was suchst du? Was willst du? Kopf. Nein, nein, nein. Scheiße. Was denn? Three people are falling. Ne, okay. Ich bin dran vorbeigesprungen quasi. Ja, wir sind jetzt auch unten alle. Ja, ich hab's gesehen. Ich glaube ich mag auf dem Berg da hoch. Ich mag da auch hoch. Das ist ein ziemlich brauner Berg. Ja. Oh, bin geschissen. Irgendwie machen wir heute voll die lange Aufnahmen immer hier. Das sind voll die lange Runden, ne? Ja. Oh ne, nicht Soul Sand. Voll das Map Sightseeing. Ja, Map Sightseeing. Oh. Ne Kiste. Ach, ein Schwert und Schlüssel. Geil. Brauch ich mal noch ein Schwert? Was ist das? Holzschwert oder? Ja, Holz natürlich. Scheiße, are we stoked? Oh, dann gleich wieder. Lass noch dran vorbei. Drei Äpfel. Alex, äh, möchtest du das hier haben? Was denn? Holzschwert? Mhm. Wieso hast du? Stein? Mhm. Geben wir das Holzschwert. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal auf den Zug gehen. Gibt. Da oben die eine Kiste. Oh, das war so ein langer Weg dahin. Ja, voll lange. Hier und sind zwei. Hier und sind zwei. Kommt schnell schnell schnell. Kommt runter. Ich bin schon unterwegs. Kommt. Wir haben Angst. Wir laufen weg. Der eine hat ein Steinschwert. Das will ich haben. Ich schnapp mir den rechten. Ja, ich geh auch hinterm rechten her. Das ist schlecht, weil der linke hat der Steinschwert. Wir sind näher zusammen. Sie kommt zu dir. Blaze, dreh um. Blaze links von dir. Ria, hinter dir. Hier, Ria. Dreh dich um. Dreh dich um. Pass auf, Saskia. Der haut auf. Sunny, pass auf. Ich hab mein Schwert weggeschüttet. Und danke, Alex, dass du mich umgebracht hast. Oh, der hat mich jetzt umgebracht. Oh, der hat jetzt besser rausgestellt. Oh, du hast Julian gekillt, Blaze. Ich hab meine Leute gekillt. Ja, toll. Wir nicht. Wir sind tot. Tschüss. Tschüss. Ein Steinschwert. Und Silvia stockt uns schon wieder. Ja, der stockt uns schon wieder, ja. Eine Enderperle. So, jetzt haben wir jetzt. Wie lang ist die Folge? Lang genug. 14 reicht. Du musst mal auf mich aufpassen ein bisschen, Stefan. Ich guck gerade. Also, drei Folgen sind gut. Vier sind besser. Ich brauch so einen, brauch ich noch. Dann wäre ich zufrieden für heute. Aber wir können nachher noch weitermachen. Ich muss nur gucken, wann Voice Kids zu Ende ist. Um halb, glaub ich. Ja, ja, deswegen. Eine Runde geht noch. In welcher Map waren wir denn gerade drin? Wenn die beiden nicht so lange brauchen. Ich warte nicht. Könntet ihr mal gucken, wie viele noch drin sind? In der 18er? In der 18er. Noch sechs. Also noch vier mit euch. Stefan, hast du genug zu essen? Bitte? Ob du genug zu essen hast? Ich glaub schon, ja. Ich muss erstmal hier alles einsammeln. Ich hab zehn Fische. Oh, ich hab zwei Steinschwerter sogar. Ich geh mal kurz aufs Klo. Willst du eine Enderperle, Stefan? Nö, mit der tu ich mir immer selber weh. Ja, ich auch. So, was können wir denn jetzt noch umändern? Oh, ich hab sogar Klo. Ich hab doch hier noch. Ja. Smile and wave. Was hast du da? Kettenstiefel. Das sieht ja doch seltsamer aus, wie wenn du zu sieb stehst. So, äh, hast du schon alle Kisten durch? Ja. Ach, ich hab grad einen Spawn durchgeforstet. Ja, ausgeräumt. Ich hab fünf Pfeile. Ich brauche einen Bogen. Ja, willst du die Pfeile schon mal haben? Ach, wenn kein Bogen da ist, brauche ich keine Pfeile. Ja, dann hab ich sie aus dem Inventar. Ja. Dann schau mal da eins aus rein, was da drin ist. Mein Inventar ist doch eh schon proppenvoll. Ja, meins auch. Game Leader. Puh. Ah, die Map ist richtig cool. So, drei Melonen hab ich mal ganz gelassen, falls ich wieder ein Loch entdecke. Ich dachte, die Kisten, ah. Und, was drin? Jo, ne Enderperle. Na super. Baum ist doch sicherlich was. Ich frage jetzt mal, wie kommt man da hin? Wo? Ach, ganz da hoch. Auf diesem Steinberg da, oder? Noch ne Enderperle. Und Schüsseln. Die man nicht gebrauchen kann. Und Köpfe. Da liegt noch ne Lederbrust. Super. So, komme ich ja raus in den Garten? Wie vielleicht? Ah. Was sind die Garten überhaupt? Kann man aber bestimmt nicht abbauen, oder? Hä, wo bist denn du? Im Baum. Achso, in dem Baum. Ach, der Baum. Eine Kiste? Nix. Ist halt ein Baumhaus. Vielleicht da drüben am Haus. Kannst du aufs Dach springen? Oh. Okay. Und was jetzt hier oben? Vielleicht da drüben im Turm? Waffe ich das? Hm. Das ist ein Heuspeicher. Ah. Ein Heusi. Oder ein Getreidesilo. Die sind lebensgefährlich, die Dinger. Das weißt du schon, ne? Ja, und vor allem hier wieder rauszukommen. Hm. Wie viel Glöcke hoch ist es? Ich bin schon wieder draußen. Achso, okay. Ihr lebt also noch? Ja. Prunktechnik for the win. Was? Prunktechnik for the win? In welchem Welt waren wir denn? Ich guck mal wie viel noch lebt. 18. Ist aber glaube ich keiner mehr gestorben. Was zur Hölle? Windmühlen! Ja, wie cool. Stefan, komm mal zu den Windmühlen. Durch ne Fledermaus. 18. Noch 6 Stück. Ja, immer noch. Die Map ist auch riesig, ne? Der Freezy1998, der Lucas99Holin, Hairblaze, Rearstarschalt, Benjamin0909 und FreshLemonX. Oh, eine Limonien frische. Da oben ist jemand. Stefan, wo bist du? Oder bist du dem Berg hochgelaufen? Das war wahrscheinlich ich, ne? Ja, ich bin dem Berg hochgelaufen. Ich glaube, ich warte vielleicht nochmal kurz am Spawn. Na, warte auf mich, ich komm mit. Da ist aber niemand. Jetzt mit den Rüstungen hier bist du kreuzbunt bei mir. Blaue Hose. Dum-di-dum-di-dum. Er stimmt, weil du bei mir den Standardskin hast, irgendwie aus irgendeinem Grund. In Farbe und bunt. Naja, man kann aber auch Leder jetzt mittlerweile färben, ne? Ja, aber bei mir hat Blaze halt nur in der ersten Runde sein Skin gehabt und ab danach war das Standardskin. Und der hat halt ne blaue Hose, dann Helm, da ist was Rotes dran. Dann das Lederzeug, das sieht halt... Oh, ich soll das essen. Wo treiben sich die rum? Eine gute Frage... Eine gute Frage... Au! Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Was? Hinter mir! Ich komm schon. Boah, das war viel zu weit. Scheiße. Komme her! Jetzt läuft er weg, oder wie? Na klar. Bist du? Auf Youtube. Ja, in-game meine ich jetzt auch. Ich steh vor dem Map 18 oder sowas. Und tschüss. Da war das Rot. Also ich bin ein guter Lockvogel, ja? Leder, Leder, Leder. Was hat der sonst noch mit dabei? Mal kurz vor sich, ich hab ein Apfel-Esser. Na, ich muss auch grad noch hochrecken. Äh, hast du schon ne Goldhose? Ja. Okay. Das sieht aus wie so ein römisches... Beinteil. Ich hab nen Bogen! So, jetzt kann ich dir aber die Pfeile geben. Hier. Ja. So, die Schüsseln kann ich da lassen. Das ganze Leder-Zeugs. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Färbte Lederhose. Hä, warum sind da auf einmal doch wieder Sachen drin? Hat die der Typ reingelegt, oder? Ich hab das ganze Zeug da reingelegt. Achso! Man freut sich aber wieder. Hast du jetzt die Pfeile genommen? Ja, ich glaub schon. Gott. Hast du ihn gesehen? Nö. Nö. Ich glaub das war ne Blume. Boah, ich hab noch 10 essbare Melonen, 3 zum Aufstellen, Hühnchen, äh, ich glaub Obstschüssel, 6 Großfleisch, 6, 2 Hühnchen, 10 Fische. Aber mir leckt's grad ein bisschen immer wieder. Könnt am Regen liegen. Wohl kurz sagen, das gehört dazu. Ja, eigentlich hab ich von über 100 Frames, also keine Ahnung. Das macht so kurze Freezes irgendwie. Gehör mal schnell, sonst hab ich da keine Zeit mehr. Ey, du kannst ja noch eins machen, ne? Ohne euch. Ja, wenn du noch eine brauchst. Kannst ja mit... Mit... Nein, das willst du wahrscheinlich nicht. Warum? Saskia ist doch auch noch da. Stimmt, macht ihr zwei doch eins. Braucht ihr denn bloß irgendwie so einen Channel switchen, oder uns schieben, oder mir sind's egal? Wieso, willst du nicht schlechtzeitig mit unserem Kanal sein, während wir reden, äh, spielen? Naja, wenn wir zweifelig in der Map sind... Das wird ein bisschen durcheinander. Ich weiß ja nicht so, ob das gut ist. Ach Quatsch, das geht schon. Mhm. Das wird dann quasi Kudelmodel. So oft reden wir noch nicht über die Map. Auf dem Gleis von mir, da läuft der Blaze. Ist der nicht schön? Wir sind allein und suchen die anderen. Ist der nicht schön? Es ist unsichtbar geworden. Was ist denn hier hinten drin? Kleiner Pirat zum Anfassen. Ich hab Angst, da hier leuchtet. Aber fünf... Müsst ihr nicht, willst du schon sehen bei fünf Freunden? Nö, bei vier glaub ich, oder drei. Wir sollen uns mal bei sechs machen. Hier ist recht dunkel, wo bist du drüber hingelaufen? Das ist ganz schön verwinkelt. Hm? Und hier ist auch nicht wirklich was. Da oben ist ne Brücke. Geil. Vielleicht bist du nachher dann wieder da, wenn ich... Und wenn ich wiederkomme, dann so... Weiß ich nicht. Was möchtest du denn tun? Keine Ahnung. Ich frage dann, ob du da bist. Ich will doch LoL spielen oder sowas. Ja, ich... Ich kann's noch nicht zu 100% sagen. Ja, sehen wir dann. Ja. So. Aber nicht so wie letzten Freitag. Ne, diesmal komm ich. Äh, scheinen reicht. Wollen wir Map 12 machen? Schnell? Ja. Schnell, okay, dann gehen wir nach 12. Dann wechseln wir hier, äh... Oh, die Star Wars, man. Äh, wo ist... Wo ist... Ich seh TeamSpeak nicht, sonst kann ich uns nicht move. Nein! Ach, dann bleibt doch drin, ist doch egal. Wollte ich grad sagen. Äh, ich muss schnell aufnehmen, jetzt geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir starten zu spät in die Hunger Games Folge. Äh, lass uns weggehen. Komm. Ähm, ich spiel zusammen mit der Saskia. Hallo. Und Ria und Blaze sind noch in der anderen Aufnahme, da quatsch ich grad rein. Ja. Hallo Runners Zuschauer. Schön, dass ihr aus da unsere Map. Cool. Mir hat grad einer eine Brust zugeschmissen. Oh, shit. Und mich jetzt geschlagen. Tschüss. Wo wolltest du denn so schnell vorhin? Ah, tschüss. Was macht ihr da? Wir haben die Star Wars Map gespielt und sind dann halt von den Blöcken runtergeschlagen. Ja, ähm, ähm, okay. Schade. So, äh, jetzt alle die haben's, äh, alle die, genau. All meine Abonnenten haben's mitbekommen. Raza hat sehr sehr lange auf dieser Map gespielt. Extrem lange. Dafür sieht man das auch nirgends anders. Man hört's nur bei dir quasi. Genau. Das war gut, würde ich sagen. Das ist doch schon ein Outtake wert. Oh, äh. Wie kommst du da... Ich komm da nicht hoch, verdammt. Habt ihr jetzt Blitze oder noch nicht? Wir haben jetzt Blitze, glaub ich. Ja, dann warten wir jetzt auf euch. Kommt bald durch. Ja, ich komm da nicht hoch. Stefan hat mich wieder zurückgelassen. Ist doch gar nicht wahr. Ja, wo bist du denn? Nicht bei mir. Ah, ab de blöde Kuh. Über dir. Ja, toll. Ah, da. Jetzt hab ich schon Angst gekriegt, dass ich allein bin. Der Verfolg von Sylvia und Julia. Hm? Die rennen hinter mir her. Sylvia und Julia. Stalker, Stalker, Stalker. Ah, halt, da geht's nicht hoch. Vielleicht hier? Doch, halt. Warte, komm. Ah, da drüben geht's hoch. Die Frage ist, ob das geht. Zack, 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 zack. Das ist genau irgendwo hier, vielleicht so. Hä? Nee, du kommst von dem Haus, kannst du an die Laterne springen. Auf die Laterne. Ja, das weiß ich aber. Auf die Laterne. Das weiß er doch. Ich hab' den Boden zurückgelassen. Oder auf dem Busch, kannst du davon haben. Kannst du nur. Man kann aber irgendwie auf den Baum drauf machen. Ja. Ich seh' Blitze. Komm, wir gewinnen Blaze. Blaze gewinnen. Blaze. Blaze. Und was ist mit mir? Ria. Ria. Nee. Blaze. Ria. Blaze. Ria. 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 Blaz. Blaz. Okay, so lassen wir's. Also, ich weiß nicht, was du hast, Alex. Ich steh' auf dem Baum. Nein, du bist auf dem Baum, wo ich hier nicht hinwärde, ich werde hier vorne auf dem Baum. Da unten im Wasser gesagt. Da musst du von hier jump'n'runnen, springst du da auf den Baum und dann kannst du da rüberspringen. Aua. Arg. Mach mal hin, halt. Du kannst mit deinem Bogen runterschießen. Der ist ein Hatsch, Nicole. Oh, der hat auch einen. Auch einen VIP. Also ich komm' da nicht runter. Bogen Battle, ich sterb gleich. Ich hab'n Problem. Ich komm' hier nirgends heil runter. Ha! Mit dem Bogen erschossen. Yeah. Freezer 1989, wo ist shot? Jetzt muss ich aber erstmal reg'n. Regener'n? Boah, wieviel Schwert der hier kommt, ne? Ich will aber zweifeln, hier kann man nicht runter. Jetzt gewinnen wir ja nicht gleich. Da hat einer Rathamon geschrieben im Chat. Rathamon? Ja. Rathamon. Oh denn? Seh' ich nicht. Wer ist jetzt? Stefan, siehst du noch wie? Oder ist noch einer? Der TUS Bigrad. Nee, normalerweise müsste noch einer auf der Map sein. Und ich glaub' der ist irgendwo beim Spawn, oder? Nee, das war ja. Zwei über LePaul. Äh, vier, fünf, eins hat sich das Leben genommen. Also, es sind noch zwei auf dem Map. Per Blaze und Ria Starschalt. Sicher? Sicher. So, ich hab's endlich den Berg runter geschafft, ohne dabei zu sterben. Sprich, ihr könnt euch jetzt töten. Ja. Und dann mit uns in eine neue Runde gehen. Können wir uns brechen? Dann hoffen wir, dass die Runde nicht allzu lange dauert. So, äh, wir machen hier epischen Kampf im Dorf. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Ria, Ria, Ria. Ja, hier ist ein schöner Platz. Blech, Blech, Blech. Das sieht grad lustig aus. So. Wieso? Wie sieht's aus? Was haben wir denn hier noch? Jetzt, macht einfach. Darf ich? Anscheinlich ja. Der haut mich doch eh zu. Oh ne, das ist gemein. Nicht weglaufen. Ich lass mich doch nicht mit deinem Vorteil da erschießen hier. Au. Was ist das jetzt mit deinen blöden Pfeilen? Wolltest du etwa gerade auf den Baum springen von unten? Wieder nicht getroffen. Das war ungefähr.